Die geometrischen Figuren. Wir werden mit den geometrischen Figuren viel Spaß haben. Kreis, Kreis, Dreieck, Dreieck, Quadrat, Quadrat, Rechteck, Rechteck. Wo ist in diesem Bild der Kreis? Sehr gut, diese Figur ist ein Kreis. Kannst du das Dreieck finden? Richtig, das ist ein Dreieck. Kannst du in diesem Bild das Quadrat finden? Gute Arbeit, das ist ein Quadrat. Und das Rechteck, wo ist das? Sehr gut, dies ist ein Rechteck. Das hast du sehr gut gemacht. Du kannst den Stern anklicken und das Video noch einmal sehen.